Hallo liebe Freunde, hier ist mal wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Äh, hat sich im Vergleich... Moment, gehen. Also heute ist es ganz schlimm damit. Im Vergleich zum letzten Mal, er hat sich nichts geändert. Für die, die das letzte nicht gesehen haben oder irgendwie vergessen haben, äh, ich hab die Proc-Insigni wieder drin. Ich hab die Auslegung auf Mastery und auf Crit. Ich hab selbst 28.5, Mastery stimmt soweit. Äh, talentmäßig auch. Die hier, die Glyphen, bleiben gleich. Talentmäßig bleib ich bei Mächtige Siegel. Prisma, entschuldige, Heiliges Prisma und Buße. Buße kann man wunderschön einsetzen. Das Problem ist natürlich, im Random-BG, wenn die Mitspieler alles zugedotet haben, ist das blöd. Weil der eignet dort, durch Siegel der Wahrheit, der in der Regel ja drauf ist, mindestens für ne kurze Zeit, der bricht es nicht. Aber jeglicher anderer Schaden. Das ist halt das Problem. Jetzt muss ich nochmal gehen. Ich sag dir, es ist schlimm heute. Kann also nur noch ein paar Mal passieren. Ich hoffe es nicht, aber... Mal strecken. Oh je, ich hoffe es nicht. Boah, jetzt geht's schon wieder so lange. Ach. Buffs hier durchgehen. Oh, richtige Militre. Oha, Militre. Drei, sechs, acht, wie liest. Oho, ah, nur einen einzigen Heiler. Hm. Eigentlich würde ich ja das gerne reinmachen, aber... Nee, das ist halt wieder so eine Sache. Zu wichtig. Das ist zu wichtig, das kann man nicht einfach rausmachen. Sie können schon, aber... Hop, 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 go, go. Ich hab dir auch mal wieder überlegt, dann hier mitzuspielen. Bestrebner Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite, der Sprint ist halt einfach, ne. Jetzt hier. 5,1 und dann nochmal 20 Haze, 20% mehr Haze, dann bin ich bei 4, irgendwas. Ich fand das so geil, als würde ich es auf drei Sekunden gerade. Scheiße, der ist raus. So, Freunde in der Nacht, jetzt ist hier aber Feierabend. Oh. Ja, Feierabend ist gleich für mich. Wo ist denn die Halle in der Mitte? Können wir den vielleicht töten? Der Heiler ist da. Oh, scheiße, ist mich auch dran. Ich glaube, der Heiler ist tot. Heiler ist, glaube ich, tot, ja. Jetzt haben die eh ein Problem, wenn sie das falsch machen. Aber bei den vielen Millis, pfff. Entschuldigung, wirst du bei uns jetzt schon tot sind. Ja, ganz hohe Dotgrits. 468, yeah. Ist das irgendwo eng? Wieso haben wir das nicht? Ach, da steht einer. Ein oder zwei. Let's see. Das Pet-Fier mal einfach. Der DK wird nicht viel lang Spaß haben. Die hinterrötig sind DK. Keiner mag DKs. Das hat man immer noch. Schade, dass der kürzische Sturm noch nicht alle Spieler heilt. Komm, 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 komm. Stunnen wir nicht. Stürbst. Stürbst heilen. Da ist nix. Da haben die Flagge, die Alice. Da wird nix. Ne. Ne, du brauchst nicht gehen. Oder? Ne, da sind zu viele Release. Zu viel CC. Wir drücken alle, vor allem die Decays. Drei Decays, die zwei anholen. Keine Chance. Ja, Zerg-Taktik würd ich gern machen, aber dann müssen wir das richtig spielen. Das tun sie nicht. Ah, scheiße. Wollen wir wohl auf die Fresse haben, hm? Können wir haben. Hallo. Ist es der Heiler hier? Scheiße. Oder werde ich jetzt sterben? Nein, jetzt sterbe ich jetzt. Ah, ich dachte das... Doch nicht. Ich muss schon voll kröschen gegen die Erde. Jetzt stirbst du. Und der auch noch. Ich seh' gar nix. Und der noch einen Jeans geben, damit uns der nicht gleich wieder umkippt. Was haben sie verloren? Jetzt brechen sie aber irgendwo da drüben durch, oder? Nicht? What? Schauen, wau mal. Ach du Scheiße. Vielleicht nicht hier. Oder war das noch in der Mitte? Irgendwer winkt mir zu. Oh. Salud. Was haben wir? Da geht durch. Okay, dann wird hier gezergen. Ja, dann gehen wir zergen. Wir müssen doch überhaupt. Du kriegst den Stun, mein Freund. Ich gebe den da. Und da kann sie' auf. Oh, du kriegst den Stun. Da bin ich ja der Wahnsinn hier genannt. Naja, da sind zu viele in der Mitte, oder nicht? Wahnsinnig. Ich komme auf die Hände. Ach du Scheiße. Okay, hier sind wir ja. Ja, jetzt sterbe ich. Ich habe keine Chance. Zu viele. Zu viele. Zwie-Devel-Lim? Ja, genau. Wollen wir sehen. Ist der Heiler? Just öffnet. Pocken wir dich nicht so gut. In-Line. Das ist ein Stun. Ball ist ab. Letztendlich. Oh, Leute. Nein. Krieg dich? Nee, krieg dich nicht. So richtig. So richtig. Ja, natürlich. Ey, von einem Scheiß ins andere. Hallo. Wieso kann ich dich nicht angreifen? Ah, leck mich doch mal. Ey, wieso kann ich dich denn wieder nicht angreifen? Was soll denn der Quatsch? Ich glaub's ja nicht. Ich hab's noch geschafft. Gibt's doch gar nicht. Wieso konnte ich dich denn nicht angreifen? Wenn euch wieder so flöten? Haben sie nicht gemerkt, dass ich hier einen Fehler gemacht hab? Könnte durchaus passieren. Wäre nicht untypisch bei mir. Boah, jetzt kommt sie wieder im Dreierpack. Ne, da brauch ich gar nicht hingehen. Scheiße. Fickt euch. Oh, dann... Können wir den in die Buße packen? Nein, jetzt nicht mehr. Scheiße. Fck, 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 aahhhhhh. Oh, cool. Haut der mich doch in fünf Meter vor mir. Nix können sie. Wo war der Heal hier? Wir haben keinen Heiler. Wir haben gar keinen Heiler. Hab ich das richtig gesehen, oder? Wir haben echt keinen Heiler. Das gibt's nicht. Ein anderer Geiler. Ja, okay. Das ist ein Heiler. Ist ja auch nein. Ich bin ja gerade nur am flüchten. Boah, meine Fresse. Ich hab den nicht umsonst Mühe auf Mühe voll in die Buße gepackt. Gott, 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 Gott. Entschuldigung. Manchmal. Aber gut, so einen Quatsch mach ich ja auch. Trotzdem. Ist das so mühevoll, hier jemanden in die Buße zu packen. Oh, wir führen. Oh, wir haben drei Punkte. Oh, wir haben drei Punkte. Ah, 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 ah. Und, Bärmegen, ich würde jetzt nicht sterben. Hauptsache, ich wollte gerade sagen, Hauptsache, wir kriegen die Flagge nicht gleich. Das gibt mehr Punkte für uns auf Dauer. Beziehungsweise, es zieht sich dann immer mehr in die Länge. Ich wollte es einfach nur ärgern. Hat ja geklappt. Hätte ich Baul noch gehabt. Das wird sich mit Legion alles so ändern. So ganz anders sein. Ich bin gespannt, was Blizzard da noch macht. Zahlen-Tuning müsste jetzt eigentlich so mittlerweile endlich mal angefangen haben. Je nachdem wann das Video rauskommt. Bitte zeigen ist nix. Irgendwo muss... Schlussung guck, Scheiß ist verkehrt. Da ist zu viel, da brauche ich nicht hin. Das ist Quatsch. Hol nicht die Flagge. Wo war's den dritten Turm? Ja, solange die Flagge nicht abgegeben ist, nehmen wir vor uns. Dann bleibt der Punkt statt so. Was haben wir an Differenz? Oh, 300 Punkte. Mehr als 300 Punkte sogar. Ach, die haben ja gar keinen Punkt-Turm. Doch, den haben sie jetzt. Schön! So, was ist hier? Ja, du kommst her, du kriegst einen Stun, du musst sterben. Wenn ich keiner mag, keiner will, keiner braucht. Okay. Ich bin schneller hochgekommen. Nice dann. Präsentierte Bubble-Empferon. Einmal. Ich muss mich nicht weg hier. Schöne, ich bin schneller. Das ist wie so. Wie kann man den Rest von'sverk? Weilen den, brenn und runter, runter. Ah, Wither 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 Wither. Ziel, oder? Aber gut, ich zieh halt die Leute jetzt hoch. Ja, aber das ist mit M4C, ist ja nicht unüblich. Oh ja, was? Oh, das war... Tot! Nein, nein! Oh man, ich hab gedacht, da kommen noch mehr von uns. Äh, nicht wirklich. Egal, war lustig. Wie allgemein kaum Schaden hier. Die Allis auch nicht. Ich bin seit der Viertelstunde. Normalerweise mussten hier Leute mit 10-12 Millionen drin sein. Eigentlich kenn ich das normalerweise aus. Na gut, wenn ich mit... Ja, obwohl, ne, ist es ja kein Heiler da, ne? Ist auch nicht weg. Oh, das hab ich nicht aufgewandt. Was dann? Du lebst nämlich noch, du Arsch? Ich bin noch nicht so. Du bist noch nicht weg, ich bin noch. Ich bin noch nicht weg. Ja, das ist nicht weg. Die Euler hat es aber auf mich abgesehen hier. Ah Mist, war da eben nicht schade, 6,2 Millionen Heal, damit Abstand, wer ist ein aktiver Heiler, der da, pff, ah, ich hab der Konkurrenz gemacht, ne, blö, kann man wieder nicht meckern, war eine ordentliche Partie, haben gewonnen, gell, haben gewonnen, oder, weiß gar nicht, aber auch hier, es hat, pff, trotz dieser Ewigkeit, ewigen Flieherei, äh, ja, haben gewonnen. Es hat Spaß gemacht, ne, es ist halt schon anstrengend zu spielen und schwieriger irgendwie was anzubringen, aber, ja gut, also wie immer, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn was sollen, sind ab damit die, kommen, ab damit in die Kommentare, auf Twitter oder Facebook, Links dazu stehen in der Beschreibung, Daumen hoch, runter, Abo und so weiter, liegt an euch, ähm, Feedback ist immer gern gesehen, ihr kennt den Grimpl ja und, glaube ich, red zu viel. Naja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, tschüss.